ja ich bin gerade den berg hochgelaufen will jetzt mit meinen gelenkschlitten diesen berg einmal runterfahren schauen wir mal heute ist der 31.01.2021 es hat bei uns endlich geschneit und das muss natürlich ausgenutzt werden angekommen so leute jetzt gehts los letzte abfahrt heute machen wir mit den schlitten ich hoffe ich habe mir einen schlitten getroffen so los geht's viel spaß wo ist der graben da ist der graben und durch da ich bin doch nochmal nach oben eine runde muss noch sein das ist so schön ich muss ausgenutzt werden und jetzt mal respektive auf mich wo meine angst auch mal zu sehen ist jetzt muss ich sitzen ja passt Nein!